Moin Peanut Was? Wie kommst du da so schnell rein? Wie hast du das so scheiß in Zweig gelabert? Du sag mal, hast du vielleicht ne Kadde oder so? Ne Kadde? Äh, muss ich gucken Ah ja, es geht auf! Ja, das war Dinosaur, das war der Das war der PC, der hat euch das aufgemacht Achtung, ich sage Hier spricht ein Facility Guard, der unbezahlt ist An den Schiff, ne? Ich will ne eindeutige Gehaltserhöhung, das ist ja... Das Video, Funny Moments, 30 Sekunden Ackermann! Lass nicht erst auf meine Videos an, ne? Ja, sicher Ackermann! Ja Ich hab schon Arschlattern Wo? Seuchen Doktor, Seuchen Doktor, Seuchen Doktor Boah, dieses Aim, dieses Aim Dieses Aim Aua, was macht der da? Ich will nix sagen, aber... Warum hat er vielleicht keinen Port-Punkt geritt? Das hab ich auch unterbezahlt, ne? Ich will nix sagen, aber die haben mich gar kein Aim Der hat 39 AP Ja, ich weiß nicht, dass es so blöd sind zu killen 11 AP 7 7! Was ist das? 3 1 Diese... Ich dachte schon... Hä, sind die Behinderten? Der hat sich noch weggeportet Der hat sich weggeportet! Der hat sich weggeportet! Der hat einer P! Der hat einer P! Der hat einer P! Der hat einer P! Alter, schreibt mir Kayn an, der soll das aufnehmen! Das ist so schlimm! Ich lerne das doch auf, Junge! Chill doch mal! Oh, ja! Scheiße, der SCP ist jetzt gleich bei mir! Ja, ja, ist nicht schlimm! Ist doch schlecht! Ist doch schlecht! Das ist doch schlecht! Scheiße, das ist Peanut! Das ist Peanut! Das ist Peanut, hä? Lass dich da eben killen oder so! Oh! Da ist der Guard gleich weg! Oh! Mal gucken! Hau! 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 Geil, Junge! Die haben das Spiel verstanden, ey! Hau! 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 Gott, ey! Äh! Unten! Soweit ich weiß! Komm her, McCain! Sightist, lass mich nicht alle ein! Hau! Ey, wer war denn noch richtig? Hau! Scheiße! Der Hund ist von der Tür! Hund? Ja! Ach, da ist eine drin! Hundi! Hau! Warum bist du denn der Sightist? Nein! Fertig gekillt! Stalk, mein Digger! Scheiße, Mann! Fuck! Hahahaha! Hahahaha! Ja, wir müssen... Soll ich die Tür aufmachen? Soll ich die aufmachen? Ja, mach, mach, mach! Läuft einfach... Ey, ess mal mich schön weg, snipen! Hahahaha! Da muss ich los! Komm rein! Ey, ich könnte eigentlich... Läuft von dir, ne? Läuft! Komm mal her! Nein! Doch! Nein! Nieuuuundien! Nein! Jetzt krieg ich den ganzen nicht bekommen! Von den anderen! Kentucky Cup прямо! Ich gehe bloß! Antrag abgelehnt! Ich will nicht... Ey, ich kann ihn abballern, wenn du willst! Lauf mal ein bisschen rum! Ja, genau da lang! Danke! Da kan' ich auf jeden Fallbiegen! Ey, ich hab ne Lukestar für dich oder so! Oлох! Ach, du bist das Chase. Ich hab gar nicht gewusst, dass Chase Sinitist ist! Erstmal hab ich hier nicht gewonnen! Er kommt hier lang hier lang hier lang Nein ist er nicht okay ich gehe in die Tür und ich mache sie dann im ETI im Moment zu okay Mach du die zu, mach du die zu, mach du die zu, mach du die zu Das hat aber nicht sonderlich viel gebracht Das hat doch was gebracht Guck doch jetzt ist er weiter hinten Die Frage ist jetzt was wir machen ne Weiß nicht mehr wie viel HP der hat Ich schaffst du es den auszutricksen dass ich die Granate in den Fahrstuhl werfen kann und er fährt runter Und ich sterbe mit Nein dass du da reingehst und dann wieder raus Ach scheiße jetzt ist er bei mir Okay ich versuch's ich, ich, ich opfere, ich opfere mich Hey Hundi warum legst du dich nicht mit jemandem an der in deiner Klasse gehört Du kannst nicht sterben du bist der Hund Okay hol den Fahrstuhl, hol den Fahrstuhl Der ist oben Ach kleiner Kick Ich mach ihn mal ein bisschen schneller Schnell wirf sie Ja ja ich bin drin, ich bin drin Hallo? Läuft von dir Das hat einfach funktioniert Oh mein Gott Alter ich bin auf dem Leben Alter ich bin auf dem Leben Oh mein Gott Alter ich hab's, ich hab's überlebt mit 40 HP So close Boah das war der Oberhammer gerade Das war ein 300 EQ Move alter 096 096 äh Kann man hier irgendwie Ich hab ne Commander Card, ne wir können raus Mach doch noch das Geld zu, ja Fuck wo kommen die Schüsse her Ey scheiße ich hab so'n Gefühl, dass die jetzt wieder oben stehen, ne Ja scheiße Fuck Digga Wieder runter? Nein warte Komm raus, komm raus, komm raus Fuck Digga wie viele sind das? Ja zwei, ich hab einen geklützelt Beide sind full Jetzt mach die weg Ja die sind nicht hier, die sind unten Boah das RCO ist ja sowas von scheiße alter Ich hab nur ein Magazin Achso, du bestehst auch, jo Bleib du mal da 24 Schuss nur noch 14 Schuss, scheiße Ey weißt du was, ich rush ihn jetzt Ja ja ja, da ist auch noch mal Munition Ja Ey ich brauch nen Medkit Äh scheiße ich hab kaum noch Munition Irgendwo muss noch Erik sein Hihihi Der ist, der ist da Mach mal die Tür auf Ja Und stell dich sofort zur Seite Boah Oh man Das ist schon geil wenn man so'n Aim, so'n Aim Ding an der Oh er wird so low, ne Oh mies Ich hatte nicht nur drastisch AP Reloading Wir haben's geschafft Mate, das ist übrigens der Hund, der ist unten bei 914 Oh Oh, nicht im Ernst Bleib auf Stavecate Ich krieg dich Stavecate, ich krieg dich Stavecate, ich dich nicht hitten Du bist ein JD Du bist ein JD Mann, oh Du machst die Ahnung Los, los Ha, da warst du gerade Ahaha Mann Ich bin sowas von tot, ne Nein Ja bist du Oh Nein bist du nicht Ich hab dich verloren Ich hab dich verloren, nein Das gibt's ja gar nicht Wahrscheinlich lädst du so grad deine scheiß Waffe auf, ne Eh, ich kenn dich Selbst Ich versuche jetzt einfach rauszukommen. Das wird nicht klappen, weil ich mich schon wieder... Ah ne, Exit. Oh Gott, wie kann man nur so sein, ey? Was machst du? Du läufst ja gerade wahrscheinlich hinterher, ne? Was ist der? Was? Ist der hinter uns? Weiß ich doch nicht. Kann man nur so sein. Ey, ich bin unbewaffnet, ich bin unbewaffnet. Ey. Ich bin auch unbewaffnet. Ich hab nur einen Mad-Kid. Da liegt noch ne Karte, wer braucht die? Liegt noch ne Karte, wer braucht die? Ich. Seid ihr immer noch in der... Vorne oben. Ey Digga. Komm, wir rennen jetzt, wir rennen jetzt, komm Leute, komm Leute. Okay, let's go. Nein. Tschüss. Tschüss. Komm her, du. Nein, nein. Oh, McKay, du tust mir so leid, Alter. Ich war so bescheuert. Wo ist VW? Wo ist der? Natürlich. Warte, hatte er die Micro? Was? Nein. Er hatte die Micro. Okay, Digga. Digga. Okay. Jetzt guckst du mich so an, Kinimation. Hallo, können wir mich hören oder nicht? Können wir natürlich hören. Mit V können wir dich hören. Ja, mit V können wir dich hören. Ab jetzt nenn ich... Ab jetzt nenn ich mir den Hund Fluffy. Ja. Fluffy war mein Name. Da-na-na-na-na. Ist Paulchen da? Nee. Sag, ich hänge jetzt fest, weil ich gefesselt bin. Sag, ich hab einen Scheiß oben wegen dir. Ich hasse dich. Bin ich nicht. Geil. Okay. Ja, weil du hättest ja dann zwei Handschellen theoretisch, wenn du nämlich das... Wow. Nein, Digga. Hast du genommen? Ja. Okay. Und jetzt raus hier. Ja. Falscher Weg. SCP. 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 SCP-173. SCP. SCP. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte irgendwie The Wolf sehen, obwohl er... Warte mal, wer ist das hier? Kann ich... Ich kann nicht irgendwie sehen, obwohl du stehen bleibst. Was ist das? Ja, weil du... Ja, weil du zu nahe mir warst. Nein, nein, das war das. Weil du draußen bist. Nein, weil du draußen bist. Okay, lauf weiter. Pass auf, der ist hinter dir. Der kleine... Ah, fuck, Digga, du hattest die. Nein, fick dich, fick dich. Fick dich. Fick dich. Kill ihn. Nein. Komm, McCain. McCain, komm, McCain. Ich komm, ich komm noch. Das ist doch kein Zweiter, oder? Komm, gib Gas. Hä, wie viele Hits hältst du noch aus? Ich hab Medic Kits, ne? Okay, okay. Jetzt sitzt ein bisschen knapp. Troll. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Da ist er. Hier, 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 hier. Ich hatte die so aus dem Dorn. Hat dich das getötet? Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ja! Oh, hier ist er. Getötet, Alter. Nein. Auf dem Helikopter steht, 1-Up. 1-Up geht. Thank the music. Oh, hier ist er. Too easy for the speedrun king. Damn.